Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Arme. Gen? Wo ist denn der? Entschuldigung. Ey, ich... Ja, es tut mir ja leid, Junge. Oh ja, Fuyu. Ich bin doch schon weg. Arschloch. Immer auf die Klei. Verschwindet. Hä, der ist doch nicht hier. Dann muss ich doch hier ums Eck zum... Mannequin. Der ist dann hier. Ja. Denn wir holen uns noch eine neue Kleidung. Ein Venedisch. Ah ne, ist doch nichts Gutes dabei. Beutel. Großer Medizin-Koffer. Ja, komm, die 6000 Gamer aus. Dann haben wir da alles in groß. Ja, ich weiß in diesem Gebiet nicht. Ups. Äh. Das war jetzt nicht gewollt. Ich wollte ihn eigentlich... Ich sollte eigentlich auf die Hände wechseln. So. Dann hängen wir das hier... Ja, ja. Wird sie auch. Wird sie auch. Im ewigen Höllenfeuer. Wie immer. Ich bin ja so ein böser Junge da. So, jetzt reden wir noch mit dem. Haben wir was zu reparieren? Ja, aber wir gucken erstmal Rüstung. Hm. Metall. Plus zwei. 7000. 6000. 12000. Eigentlich sollte ich ja ein bisschen auch mal wieder in... Komm, scheiß drauf. 6,3. Die Kohle kriegen wir eh wieder rein. Munition. Ah, okay. 700. Und... Die Rauchbomben füllen wir auch auf. So, jetzt haben wir uns ein bisschen besser geschützt. Alter! Das war jetzt nicht gewollt. Mensch. Gut, dann holen wir uns halt den hier. Indem wir einen Attentat machen. Und... Schnell wegrennen. Ich glaube, ich muss dann später die Mikrofonaufnahme ein bisschen runterdrehen von der Lautstärke. Vielleicht. Hoch. Oh, ja. Ich bin doch nicht gest... Stor... Warte, Waffenrad. Hier. Komm, Kurzschwert. Jetzt hol's schon raus, Ezio. Ja, endlich. Bäm. In den Hals. So, jetzt... Ich möchte den doch nur noch umbringen. Komm schon. Greif doch mal ein anderer an. Ach, Heiland. Zack. Komm schon. Komm schon. Ich möchte euch alle töten. Boah, die haben alle noch zu viel HP. Dass ich sie mit einem Gott töten kann. Aber das müsste jetzt langsam gehen. Genau. Ab zwei HP-Punkten... Kann ich die mit einem guten Konter töten. Also, den müsste ich jetzt dann... Gleich ohne Probleme durch den Konter... Töten können. Und zwar jetzt. Puh. Durch den Hals. Ja. Wie viel haben wir denn? Na ja, fünf Prozent. Wir plündern erst mal hier. Das. Und dann schwingen wir uns hier rauf. Und gehen... Ah, ne. Gehen wir nicht auf die Dächer. Egal. Gehen wir hier runter. Und... Rennen. Ja, fangen wir an mit dem... Erst mal die Hand. Sicher ist sicher. Und dann schlängeln wir uns hier gekonnt durch. Oh, da komme ich nicht lang. Äh, ich muss auf die andere Seite. Aber so wie es aussieht, würde das ein bisschen zu lange dauern, die Mission. Deswegen werde ich zum nächsten Aussichtspunkt rennen, der mir geografisch hier am nächsten gelegen ist. Der nur 63 Kilometer weg ist. Ne, da waren wir schon. Und wir klettern dann hier hoch. Irgendwie. Hm. Wir könnten über das Dach darüber kommen. Oh, hier ist leicht hoch aufgestoßen. Laju. Ich bin nicht hier. Keiner ist hier. Niemand ist hier. Waffenrat. Das hier. Tod. Hä? Tod. So, dann töten wir dich. Du bist erledigt. Nö, du bist erledigt. So, jetzt kraxeln wir hier irgendwie hoch. Äh. Ah, Kaka. Hä, 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 hä. Äh. Ja. Wir könnten da noch nicht hoch. Weil wir sollten da erstmal die... Ah, da ist eine Fäden. Da, oder? Äh. Runter. Und wir springen mit einem Köpfer ins Wasser. Und da trinken nicht. So. Äh, jetzt komm schon. Da oben hängt ein Steckbrief. Den werden wir uns jetzt direkt mal abreißen. So, jetzt sind wir wieder... anonym. Incognito. Unaufindbar. Für die bösen italienischen Strantos. Und schwingen hier ein bisschen rum. Palim. He, he, he. So. Schauen mal, ob wir den... Dieb bekommen. Nein, bekommen wir nicht. Aber... Was wir mal gucken könnten. Wie lange? Äh, sieben Minuten. Egal. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Für das Ende der Aufnahmesitzung. Und ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Guten Morgen. Oder guten Mittag. Je nachdem, wann ihr dieses letzte Video seht. Die Frau hat einen Bart. Ah ne, das ist nur ne... Ne alte Frau. Aber mit nem Vorbau wie ne Junge. Äh. Bäh. Egal. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.